Hi und Servus zu einem neuen Produkttest. Heute teste ich Bluetooth Kopfhörer von Soundbeats. Ja, der Lieferumfang ist wirklich sehr reichhaltig. Geladen wird das ganze Ding natürlich mit USB. Auch die Akku Leistung ist ganz akzeptabel. Das Bearing der Kopfhörer ist wirklich einfach und funktioniert sehr schnell. Und das sogar mit einem iPhone. Das Klangbild, naja, ich habe einige Bewertungen gelesen bezüglich Megapass und so. Da kann ich nicht ganz zustimmen, aber für den Preis von ca. 20 Euro wäre es meckern noch voll. Also wirklich neutrales Klangbild, haut hin. Tschau und Servus aus Österreich und Apo nicht vergessen. Danke. Find me on Facebook, JM Film.